Ich habe einen Benchmark ausgearbeitet für Large Language Models wie Gemini und ChatGBT. Wir testen damit, wie gut ein KI-System den alltäglichen Job eines Informatikers oder ITlers tatsächlich durchführen kann, also von dir oder mir. Und ich weiß, es gibt formellere Tests wie zum Beispiel Hellaswag oder MMLU, aber die testen eben die Praxis meiner Meinung nach nicht unbedingt treffend. Deswegen testen wir heute mit unserem Benchmark Gemini Ultra und nur Gemini Ultra. Der Tag des Tests ist der 6.3.24. Wir testen die Bezahlversion und wir testen in Englisch, da Gemini mit Deutsch Probleme hat. Ich habe übrigens auch auf Instagram eine Umfrage dazu gemacht, ob ihr wollt, dass ich pro KI ein eigenes Video mache oder sogar pro KI und Tätigkeit. Also zum Beispiel Software Developer und SysAdmin bekommen dann zwei verschiedene Videos. Ihr habt euch für ein Video pro KI entschieden, wofür ich euch im Nachhinein tatsächlich dankbar bin. Denn der Test hat schon so lange genug gedauert und es sind schon wieder zwei weitere neue LLMs erschienen, die ich testen will. Welche das aber sein werden, das entscheidet am Ende wieder ihr, auch in einer Instagram-Umfrage. So, genug Vorgeplänkel. Wir starten mit dem ersten Benchmark. Wie gut kann eigentlich Gemini Ultra Code verstehen? Wir wissen ja schon, dass es ziemlich gut ist in einfachen Sprachen wie Python oder JavaScript. Einfach. Aber ich bin deswegen einfach direkt mal auf die maximale Schwierigkeitsstufe gesprungen, die mir eingefallen ist. Und das war Assembling. Im Reverse Engineering haben wir das ja auch schon gemacht. Man bekommt eine ausführbare Datei, die man dann nur in Assembly Code umwandeln kann. Und das zu lesen ist quasi unmöglich. Es folgt also meistens für uns eine lange, anstrengende Analyse. Gemini hat im ersten Anlauf erkannt, was der Code vermutlich ungefähr tut. Im zweiten Anlauf habe ich gesagt, es sollen Kommentare für den Code generiert werden. Im dritten Prompt sollte äquivalenter C-Code erstellt werden. Und naja, was soll ich sagen? Gemini hat direkt im ersten Prompt verstanden, mit dem Assembler-Code, dass die Funktion vermutlich den Durchschnitt generiert. Die Kommentare sind hilfreich und der C-Code ist tatsächlich korrekt. Fairerweise ist der C-Code nicht zu 100% so, wie man C jetzt schreiben würde oder wie ich das machen würde. Aber um ehrlich zu sein, hier ist Gemini definitiv besser als ich, der das auch zumindest mal gelernt hat. Es ist nämlich deutlich schneller als ich. Und deswegen bekommt Gemini Ultra in diesem Benchmark 90 von 100 möglichen Punkten von mir. Anschließend wollte ich nun Testfälle für bestehenden Code generieren lassen und schauen, wie gut das Ganze geht. Da einfache Unit-Tests aber schon seit ChatGPT 3.5 keine große Herausforderung mehr sind, wollte ich dann direkt auch mal React Frontend Komponenten testen. Gegeben eine JavaScript-Datei plus Util-Datei sollte die Passwortstärke-Funktion getestet werden, aber auch das, was am Ende angezeigt wird. Also das Visuelle. Korrekt wurden Unit-Tests erstellt und ebenso korrekt wurde die Anzeige getestet, die bei einem gegebenen Passwort mit React dargestellt wird. Das Einzige, was ich hier vielleicht zu meckern habe, war, dass natürlich längst nicht alle Edge-Cases abgedeckt wurden für meinen Test. Allerdings kam als Kommentar in dem Code sogar noch, dass die Edge-Cases ja abgedeckt werden müssen. Das große Manko ist hier also eher, dass Gemini in der Ausgabelänge beschränkt ist. Nicht, dass es nicht gehen würde. Mehr zu generieren wäre also in einem zweiten Aufruf eigentlich gar kein Problem. 95 von 100 Punkten. Eine weitere wichtige Fähigkeit für ITler sind Algorithmen. Die werden häufig nicht nur in der Theorie gebraucht, sondern auch, wenn man sie programmiert. Wir haben dazu ein spielerisches Coding-Challenge-Interface auf der Bootstrap Academy gebaut. Ihr wisst schon, meine Plattform, wo man Gratis-Informatik lernen kann. Da ich mittlerweile weiß, wie stark diese LLMs sind, wollte ich hier gar nicht mal die leichten Challenges probieren. Ich bin also direkt zur mittelschweren Challenge gegangen. Und siehe da, nutze ich eine vollständige Beschreibung des Problems inklusive aller Beispiele, dann löst Gemini Ultra sofort die Programmier-Challenge. Zum Vergleich für den Schwierigkeitsgrad, es ist dynamische Programmierung nötig gewesen. Und das ist nicht einfach. Das lernt man nicht im ersten oder zweiten Semester, meistens. Sprache war Python, hier könnte ich vielleicht dann später noch den Schwierigkeitsgrad auf Bash oder so erhöhen, aber für den Moment reicht mir das. Ich bin also noch ein Stück höher gegangen, es waren ja nur die mittelschweren, und wollte eine schwere Coding-Challenge lösen. Einige Beispiele von uns wurden erfolgreich bestanden, aber ich vermute, hier gibt es noch ein paar Fehler. Schwer hat Gemini Ultra also nicht geschafft. Der Code ist dafür aber sogar mit Kommentaren versehen. 66 von 100 Punkten. Leider müssen wir armen Schweine uns aber auch regelmäßig mit Legacy-Code rumschlagen. Code, der vor Generationen und Äonen von Menschen in einem Land vor unserer Zeit geschrieben wurde. Oder auch einfach von uns vor einem Jahr. Naja, hier den Code aufzuräumen, alte Code-Smells loszuwerden, all das gehört für viele zum Alltag. Ich wollte also wissen, wie gut kann Gemini Ultra genau das? Diesmal in C++, denn diese Challenge haben wir damals auch live mit euch gemacht, und sie entstammt dem wirklichen Arbeitsleben eines Kollegen von Bosch, der mir damals die Challenge gegeben hat. Allerdings muss ich hier sagen, hätte ich mehr erwartet. Gemini verbessert zwar den Code, allerdings ändert es leider auch die Schnittstelle des Codes. Und das ist beim Refactoring ein Big No-No. Auch wenn der Name vielleicht aussagekräftiger war, wäre so der Code von extern nicht mehr lauffähig gewesen, weil er genau so aufgerufen wird. Als ich dann gesagt habe, dass die Schnittstelle unbedingt gleich bleiben soll, behandelt es aber plötzlich auch einen völlig ungenutzten Boolean innerhalb einer Funktion als Teil der Schnittstelle. Für meine eigene Sanity habe ich außerdem übrigens gesagt, soll bitte der Algorithmus nicht verändert werden. Hier hat Gemini ein paar Optimierungen durchgeführt, aber es wäre an manchen Stellen definitiv mehr gegangen. Dafür verlinke ich euch gerne das Video, wo wir uns über diesen Code live unterhalten haben. Trotzdem ziemlich nützlich. 50 von 100 Punkten. Eine der wichtigsten Aufgaben für einen Softwareentwickler ist aber auch, auf einer existierenden Codebasis weiterentwickeln zu können. Das ist die Königsdisziplin, gerade für Large Language Models. Das Schwierige ist ja, diese gigantische Menge an Code zu überblicken. Das ist auch für uns sehr schwer. Je mehr Code wir haben, desto unmöglicher ist es, alles zu kennen. Ich habe mich deswegen unfassbar gefreut, dass Gemini 1.5 eine maximale Tokenlänge von 128.000 Eingabetokens bekommt und die sogar noch skaliert werden könnte und ohne Probleme bald wahrscheinlich in Richtung Millionen geht. Zum Vergleich, 2.048 Tokens sind etwa 1.500 Wörter. Dann sind die jetzt schon verfügbaren 128.000 Tokens etwa 96.000 Wörter. Ein durchschnittlicher Roman hat 100.000 Wörter. Gemini könnte also eigentlich einen ganzen Roman mit einem einzigen Befehl lesen. Leider geht das nicht. Ich habe hier versucht, einen echten Bug, der sich auf unserer Bootstrap Academy im Admin-Dashbot befindet, zu analysieren und so wirklich mit dem ganzen Code zu arbeiten. Die Codebasis habe ich extrahiert in eine einzige Datei, weil, naja, ich kann auf Gemini keine ZIP-Dateien hochladen. Generell keine Dateien außer Bilder. Stand jetzt hat diese Datei, Achtung, 43.617 Wörter. Also deutlich weniger als die maximal mögliche Eingabelänge. Kopiere ich allerdings alles, stürzt die Webseite ab. WordCounter.net kann das aber problemlos. Es liegt also nicht am Browser. Kopiere ich kleinere Chunks in Gemini rein, dann klappt das. Aber irgendwann spinnt mein Eingabefenster auch und sagt mir einfach irgendwelche anderen Sachen da rein, die ich gar nicht reinpasten wollte. Dateien kann man auf Gemini nicht hochladen. Aber auch bei ChatGBT vermeide ich das Dateienhochladen an sich. Denn es führt oft zu oberflächlichem Lesen, zum Beispiel von den ersten 100 Zeilen und, naja, dann eben zu keiner guten Antwort. Das kann man bei ChatGBT ganz gut sehen, weil es wirklich im Code quasi drin steht, dass nur die ersten 100 Zeilen gelesen werden. Ah, und übrigens die API, die ich wahnsinnig gerne für Gemini nutzen würde, die unterstützt Stand jetzt nur Gemini Pro 1.0, weder Ultra noch 1.5. Hier ist die Tokenlänge übrigens auch deutlich kleiner und daher nicht in der Lage, die Codebasis zu verstehen. Schade, 0 von 100 Punkten. Aber wir ITler sind natürlich nicht alle Softwareentwickler. Ich persönlich mache ja extrem viel mit Security. Also habe ich einfach mal zwei Code-Snippets mit je einer Schwachstelle eingegeben. Eines davon war eine klassische SQL-Injection, das andere Snippet enthielt einen Buffer-Overflow in C. Okay, beide wurden von Gemini Ultra sofort richtig und ohne Kompromisse erkannt und ich habe auch in beiden Fällen direkt einen Code-Vorschlag bekommen, der nicht mehr angreifbar wäre. Das ist sehr schön. Hier würde ich auch wahnsinnig gerne mal eine große Code-Base eingeben und das mal testen lassen, aber wie wir im letzten Test gesehen haben, sind wir noch nicht so weit. Ich hoffe, das ändert sich bald. Dennoch, die Challenge an sich ist bestanden, 100 Punkte deshalb. Aber wen haben wir bislang einfach mal außen vor gelassen? Die armen Sys-Admins natürlich, die auch Netzwerke administrieren. Da ich selbst keiner bin, hoffe ich darauf, dass ihr unten in den Kommentaren die Fehler der KI-Ausgabe genauer analysieren könnt. Nichtsdestotrotz mit dem richtigen Prompt, das ich sicherlich nicht ungefähr eine Stunde lang debuggt habe, kann ich ein mittelgroßes Office mit 20 Workstations, 3 WiFi-Access-Points, einem Router, zwei Druckern, einer DMC mit einem Apache-Webserver und einer MySQL-Datenbank definieren. Ich habe gesagt, es soll bitte alles mit Mermaid.js visualisieren, was sogar ziemlich gut geklappt hat. Offensichtliche Fehler im Layout habe ich beim zweiten Versuch auch keine mehr gefunden. Beim ersten Mal hatte der File-Server dieselbe IP-Adresse wie eine Workstation. Naja, natürlich kann so etwas nicht direkt als Grafik erzeugt werden, aber als Diagramm ist das schon mal quasi Code und das kann ich kopieren. Da ich allerdings durchaus die offizielle Dokumentation und wirklich sehr viel Zeit gebraucht habe, gibt es nur 60 von 100 Punkten. Wenn ihr ein besseres Tool übrigens als Mermaid dafür kennt, dass man auch mit Code definieren kann, dann wäre ich euch natürlich unfassbar dankbar dafür. Bei einer rein textbasierten Aufgabe hingegen, wie Empfehlungen, um Systeme zu einer fiktiven AWS-Cloud zum Beispiel zu skalieren, da kann Gemini Ultra wieder richtig glänzen. Ich habe ein mittelkomplexes, fiktives System mit einem Frontend-Cluster aus drei Web-Server-Instanzen mit Load-Balancing, einer AWS Aurora MySQL-Datenbank, einer T3-Instanz, einer Redis-Datenbank und zwei AWS SQS-Instanzen als Beispiel gegeben. Dann habe ich Spikes in Form von Metriken beschrieben und nach Optimierungsstrategien gefragt. Die Antworten kamen tatsächlich sehr schön priorisiert. Als erstes horizontale Skalierung, die ist super einfach machbar und hat einen hohen Impact. Dann Datenbank-Read-Replikas und so weiter und so fort. Und jedes Mal kam auch wirklich eine konkrete Handlungsempfehlung, die zu dem beschriebenen System sehr gut gepasst hat. Ich habe hier tatsächlich überhaupt nichts zu meckern, außer dass ich es halt noch selbst durchführen muss. Das sind 100 Punkte von mir. Aber wie sieht es eigentlich mit Gefahren für ein ganzes System und nicht im Code aus? So eine Netzwerkinfrastruktur, das kann ja schon sehr komplex sein. Ich habe hier mal per Text ein solches Netzwerk-Layout beschrieben. Ein mehr oder weniger realistisches Schulnetz einer deutschen Schule, inklusive den Schwachstellen. Die große Hürde für den armen Menschen, der hier sich drum kümmern darf, ist ja, nicht was ist angreifbar, sondern wo zur Hölle fange ich eigentlich an? Ich fand es recht spannend, das von Gemini gesagt zu bekommen. Patches und Patch-Management als erstes, inklusive Mitigation-Strategien, fand ich sehr, sehr gut. Der Legacy-Mail-Server als zweites ist auch ein sehr guter Ansatzpunkt. Password-Policies und Co. als drittes fand ich auch sehr nützlich. Leider war dann schon vorbei und ich habe nur noch sehr kurze Tipps bekommen, für etwa Network-Design, Netzwerk-Segmentierung und so weiter. Aber das ist ein sehr, sehr guter Anfang, aber eben natürlich nicht vollständig. Man könnte jetzt aber ohne Probleme sich noch weiter in die einzelnen Punkte rein vertiefen und natürlich dabei optimieren oder weitere Punkte generieren lassen. An sich ist das also eine wirklich gute Antwort. Dass es Gemini aber egal war, dass wir nicht mal genau wussten, wie viele Workstations wir tatsächlich haben, das fand ich fast schon ein bisschen wild. Das wäre so bei mir der allererste Schritt, um mir erstmal einen Überblick zu verschaffen und das Ganze ordentlich dokumentieren zu können. Ich würde sagen 80 von 100 Punkten. Jetzt wollte ich aber natürlich auch zumindest ein paar Worte für Data Science verlieren. Ich habe versucht Gemini dazu zu bringen, meine YouTube-Analytics-Daten auf den Grund zu gehen. Das hat initial leider überhaupt nicht geklappt, denn ich kann ja gar keine Dateien auf Gemini hochladen. Gemini kann zwar Python-Code theoretisch ausführen in der Ultra-Version, aber ohne die Daten bringt mir das natürlich wenig. Allerdings habe ich Gemini dann dazu gebracht, mir Code für meine Beispieldaten zu schreiben, den ich dann wieder auf den Daten lokal ausführe und alle Ergebnisse wieder reingesteckt. Und das ist fein soweit, denn YouTube-Daten sind ja sowieso bei Google und nicht gerade privat, you know. Spannend war dann für mich allerdings, dass eine Art Dialog entstanden ist. Ich nehme Gemini's Code und copy-paste die Ergebnisse von den lokalen Analysen. Übrigens inklusive den Diagrammen in Bildform, die es für mich erstellt hat. Ein paar interessante Ergebnisse waren dann auch für mich dabei. Etwa, dass wenn ein Video mehr Umsatz generiert, die Klickrate sinkt. Das ist aber vermutlich nicht unbedingt die sinnvollste Korrelation, denn wenn ein Video mehr Umsatz generiert, dann hat es auch mehr Views. Die beide korrelieren extrem stark. Und dass bei mehr Views die Klickrate sinkt, ist relativ einleuchtend, weil YouTube es auch Leuten vorschlägt, die mich oder meinen Content nicht kennen. Für Data Science war das dennoch sehr, sehr gut. Ich gebe hier 60 von 100 Punkten hauptsächlich, weil es nicht selbst agieren kann, meine Daten nicht verarbeiten kann und die Ideen nach wie vor hauptsächlich von mir kommen. Dennoch, wie gesagt, beeindruckend gut. Nun gibt es unter uns natürlich auch ein paar Frontend-Designer. Klar, ein Figma-Layout kann ich mit Gemini noch nicht erstellen, aber ich habe hier mal recht detailliert eine Wanderlust auf Seite beschrieben, dass er hinten ist Absicht, um sehen zu können, wie es mit Wörtern klarkommt, die es gar nicht kennt. Achso, und natürlich mit VPN in die USA. In Deutschland geht Bildgenerierung nicht. Also, der Text inklusive dem Untertitel Feed Your Travel Spirit wurde nie richtig generiert. Eine Searchbox habe ich in einem der vier Layouts bekommen. Den Call-to-Action-Button finde ich ebenso nur in einem Layout. Einen Grid mit drei bis vier Bildern drauf habe ich auch nur in zwei Layouts bekommen. Eine Beschreibung bzw. eine Art Text-Overlay nur in einem. Social-Media-Icons fehlen immer und E-Mail-Signup habe ich auch nur in ungefähr einem Layout finden können. Die Color-Palette hat aber überall gepasst, ebenso wie die Typografie. Responsive Design kann ich zwar in keinem Bild wirklich ausmachen, müsste ich aber vermutlich dann einfach neu definieren. Alles in allem sind das hochgerechnete 39 Punkte und das bei einem Large-Language-Model, das ja gar nicht mal unbedingt Bilder generieren soll. Das ist gar nicht mal so schlecht. Die nächste logische Idee wäre natürlich jetzt auch ein Frontend schreiben zu lassen als HTML und CSS. Passend dazu arbeite ich gerade an meiner neuen Portfolio-Webseite. Die alte ist ja ein bisschen in die Jahre gekommen. Leider ist hier wirklich kaum was rübergekommen. Die Texte sind so ähnlich wie die Platzhalter-Texte im Layout, aber die sind ja genau das, was der Mensch dann am Ende noch überarbeiten muss. Die Segmente wurden nicht richtig erkannt. Die Komponenten nicht mal annähernd. Nicht mal das horizontale Layout. Die Farben sind sehr falsch und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht an dem sehr lang gezogenen Screenshot lag. Aber genau das müssen die ja immer sein. Scrollbar. Naja, hier würde ich maximal 15 Punkte vergeben. Das lässt sich natürlich mit mehr Prompting und inkrementellen Ausgaben verbessern. Aber das große Manko, dass der produzierte Code eine vorgegebene Maximallänge hat, die Gemini, also die Webseite Gemini bestimmt, nicht wie lange die Ausgabe tatsächlich sein müsste, das macht hier dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Für unseren letzten Test dachte ich mir, bringen wir doch einfach mal die menschliche Komponente ein wenig mit rein. Dazu habe ich eine fiktive Geschichte gebaut, in der zwei Gemini Ultra miteinander geredet haben. Der eine war ein extrem frustrierter Kunde, der einen Webshop betreibt. Alles ist bei ihm ausgefallen. Er ist richtig auf 180 und Gemini hat hier tatsächlich gutes Rollenspiel bewiesen, was ehrlich gesagt auch mal eine spannende Übung wäre für Leute, die eingelernt werden müssen. Mir ging es aber eigentlich eher um die zweite Gemini Instanz. Er ist Support bei einem Hostingbetreiber, der einen wütenden Kunden empathisch beruhigen soll und eine sinnvolle, taktische Lösung erarbeiten soll. Ich habe die beiden einfach mal miteinander schreiben lassen und sichergestellt, dass das wütende Gemini immer schön wütend bleibt. Hat ziemlich gut geklappt. Die Lösung ist ehrlich und zufriedenstellend und man kann damit arbeiten. Sogar einen ersten Ansatzpunkt für eine Fehlerquelle hat der Support Gemini dem wütenden Kunden entlockt. Alles in allem, ich habe definitiv schon schlechtere Support-Mitarbeiter gesehen. Also 80 von 100 Punkten. Damit kommen wir zum großen Fazit. Auch wenn ich hier natürlich jetzt nicht alles testen konnte, kann ich hier vielleicht noch hinzufügen, Bash, PowerShell, Windows-Administration, aber auch Dockerfiles oder Ansibles. All das und mehr habe ich auch schon mit Gemini Ultra generiert. Und auch das geht ziemlich gut. Zusammenfassend kann man wirklich sagen, Gemini Ultra kommt mit beeindruckenden 835 von insgesamt 1300 Punkten um die Ecke. Das sind 64% Gesamtpunktzahl und die Aufgaben waren jetzt nicht gerade leicht. Um ehrlich zu sein, ist das deutlich härter als das, was ich in den meisten Hochschulprüfungen, die ich je erstellt habe, eigentlich geben würde. Und dort kommt man mit 50% der Punkte durch. Gemini Ultra ist, wenn man sowohl die Domäne kennt und weiß, wonach man fragen muss, als auch, wenn man prompting kann, ein wirklich beeindruckendes Stück Technik. Ich werde für die nächste Generation LLMs, die dann wohl mit GPT-5 startet, meinen Benchmark nochmal deutlich schwerer machen müssen. Und das macht mir sogar ein bisschen Angst. Denn mehrere dieser Aufgaben hätte ich so nicht geschafft oder zumindest nicht so schnell. Ein extrem wichtiges Detail, warum hier allerdings so viele Punkte verloren wurden, war die limitierte Eingabelänge und die limitierte Ausgabelänge. Und das ist das Spannendste für mich. Das müsste nicht mal so sein. Die KI-Systeme könnten schon heute deutlich mehr. Aber das ist vermutlich einfach zu teuer. Wenn euch das soweit gefallen hat, mache ich so einen Test. Gerne auch nochmal mit der API, sobald sie verfügbar ist. Oder auch mit kostenlosen Versionen oder Open-Source-Netzen. All das dürft ihr bestimmen. Und zwar die Abstimmung, was ich dann machen werde, wird dann wieder eine Instagram-Story werden. Also guckt dort gerne vorbei. Wenn ihr Feedback zu den Tests habt, dann immer gerne her damit. Ich will die kontinuierlich verbessern. Und wie gesagt, muss ich sie wohl auch schwerer machen. Deswegen danke fürs Zusehen und bis bald.